Steht fest im Glauben, seid wutig, seid stark, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Ich segne euch und alle, die uns anvertraut sind, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Halleluja. Halleluja. Geht hin in Frieden. Halleluja. 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 Amen. Der, wie die reiche Gott, vor uns in unserem Leben, ein in der zöhnlichen Herz und in den Frieden geben, und uns in seiner Gnade, der halten Gott und Tod, und uns aus aller Blut erlösen wir und Gott. Der festliche Gottesdienst endet, doch das große Geburtstags- und Abschiedsfest von Kardinal Lehmann geht weiter. Für die Zuschauer im SWR-Fernsehen gibt es nun weitere Impressionen und Informationen zum großen Fest und den anschließenden Festakt aus der Rheingoldhalle in Mainz. Feiern Sie mit! Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen gesegneten Pfingstmontag. Liefer der Rheingold auf dem Kiel Metz, die Zähnen zu verle��ieren, Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen Gesegneten Pfingstmontag, dannung wir uns in der Zähnen zu verlemmen, und uns in der Zähnen zu verlemmen. Untertitelung. BR 2018